Die Diskussion um den Präsenzunterricht in den Schulen ist voll entbrannt. Heute liegt die Inzidenz der 5- bis 14-Jährigen laut ARGES bei 2302. Vor allem im Gesundheitsministerium ist man angesichts dieser Zahlen alarmiert. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein drängt hinter den Kulissen auf eine Schließung der Schulen. Auch im Kanzleramt sieht man die Corona-Entwicklung in den Schulen mit Sorge. Wie OR24 erfährt, wird zurzeit bereits ein Plan zur Schließung der Schulen ausgearbeitet. Konkret sollen die Schulen ab Montag wieder Distance Learning anbieten. Mehrere Bildungsdirektionen in den Bundesländern und auch Schulen werden bereits über diesen Plan informiert. Statt dem Präsenzunterricht kann es dann nur noch ein Betreuungsangebot in den Schulen geben, so ein Koalitionsinsider. Derzeit gibt es ja nur Lernpakete, mit denen die Kinder zu Hause selbst lernen sollen. Wir haben in vielen Schulen bis zu 90 Prozent der Schüler in den Klassen, weil die Schüler Angst haben, Unterrichtsstoff zu verpassen, wenn sie zu Hause bleiben, heißt es aus einer Bildungsdirektion. Spätestens am Freitag soll das Distance Learning verkündet werden, erfährt OR24 aus Koalitionskreisen. Ab Montag soll dann umgestellt werden. Das Problem, noch legt sich Bildungsminister Heinz Fassmann, der formal zuständig ist, quer. Er will weiter am Präsenzunterricht festhalten. Im Bildungsministerium will man vorerst noch abwarten. Die neuen Testzahlen aus den Schulen würden zeigen, dass die Zahl der Positiven in den Schulen rückläufig sei. Demnach gibt es in dieser Woche bisher 2.473 positiv getestete Schüler. Das entspricht einer Positivitätsrate von 0,41 Prozent. Der Großteil davon ist mit 624 positiven Tests übrigens in Oberösterreich. Im Vergleichszeitraum der Vorwoche waren es 3.875. Das entspricht einer Positivitätsrate von 0,41 Prozent.